Mitten im Wohngebet im Harz fanden wir dieses kleine verlassen Hotel. Wir mussten vorsichtig sein, damit wir nicht erwischt werden. Deswegen wundert euch nicht, wenn der Ton etwas leiser ist wie üblich. Aber trotzdem viel Spaß beim Zusehen wünschen euch die Verregnen zwei. Ach du meine Güte. Was ist denn hier einer der Küche? Leckt mich am Arsch des großen Küchen. Das ist eine große Küche. Lüchtig. Das ist eine große Küche. 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 Das sind eine große Küche. Vor allem! Das ist eine große Küche. Das sind eine große Küche. Das ist eine große Küche. Boah, ist der Große. 11 Grad. Wir schalten auf die rote Beleuchtung. Wir wehren uns der Straße. Hier sind wir in dem öffentlichen Toilettenbereich. Das riecht rasch aus dem Hut. Aber du kannst die Hütte nicht mehr verkaufen. So wie die Stinke. Ich kann es nicht eher machen, weil da geht es auf die Straße raus. Hier ist die Theke. Da muss ich ein bisschen schneller durch. Da muss man ein bisschen schneller durch. Da muss man ein bisschen schneller durchführen. 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 Wieso ist es da so staubig? Was ist da los? Das ist doch kein Läschpulver, oder? Okay, wir sind jetzt hier im dritten Stock. Zimmer, soweit alle eingerichtet. Natürlich waren immer Idioten da, die irgendwas kaputt machen. Pulverlöscher ausstrühen oder ähnliches. Das sind Zugänge zu den Zimmern. Jetzt gehen wir auf den Dachbordel. Hier ist die Stabkerke. Hauchzimmer. Hier unten. Oh oh. Oh oh. Das Dach auch halbe hinüber. Kabel. Hotel Diana. Oh, also der Fernseher hat schon historischen Wert. Oder, was meint ihr? Wie alt ist dieser Fernseher? Kristallcolor. Also hier ist eine Mischung aus Dachboden, Privatwohnung, Kinderzimmer. Gemütlich. Ist was anderes. Der Fußboden sackt hier auch ab. Tapeten. Eieieiei. Hier nochmal ein wunderschönes Hotelmodell. Oh, ein Gestank hier in dem Raum. Das war's. 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 Da hab ich vorhin schon gedacht, da sitzt einer. Schwank, das war's. Das war's. Das war's. Dann haben wir uns noch hier wieder eine Aufwandlung gemacht. Das war's. Das war's. Ohne entdeckt zu werden, konnten wir das Hotel wieder verlassen, ohne natürlich irgendwas kaputt zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch. Viele Grüße der Olli und der Michel von den Verwegenen Zweien. Bis zum nächsten Mal. Ade und Tschüss.